Bernd Klüver mit der Startnummer 1, die Frage, bist du frei? Die 1! Ein Apartment genau und um da, niemand da, der die Vorschriften macht. Und du bist ganz allein auf dich gestellt. Wenn du über die Stränge mal schlägst und dafür die Verantwortung trägst, denn es ist deine Zeit, bist du dazu bereit und fühlst dich wohl dabei. Bist du jetzt frei, nur weil du tust, was du willst? Und eine Rolle spielst, die dir gefällt. Bist du jetzt frei, nur weil du tust, was du willst? Und was gewesen ist, die jetzt nicht mehr zählt? Keiner fragt, wann du kommst, wo du gehst? Und wie laut du dein Radio drehst, aber macht das doch Spaß, wenn du alles darfst. Ab und zu sind die Taschen mal leer und für'n Cola reicht es auch nicht mehr. Bist du jetzt frei, nur weil du sparen musst, hast du vorher gewusst? Und doch ist alles neu. Bist du jetzt frei, nur weil du tust, was du willst? Und deine Rolle spielst, die dir gefällt. Bist du jetzt frei, nur weil du alt genug bist? Und was gewesen ist, jetzt nicht mehr zählt. Du hast es bewiesen und stehst auf eigenen Füßen. Du kannst es genießen und fragst dich doch dabei. Bist du jetzt frei, bist du jetzt frei, nur weil du alt genug bist? Und was gewesen ist, bist du jetzt frei.